Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Besser Leben. Mein Name ist Wolfgang, schön, dass du mit dabei bist. Heute darf ich dir etwas ganz Spezielles präsentieren. Und das hat mit dem Umstand zu tun, dass morgen wieder einmal die Adventzeit beginnt. Die angeblich ruhigste und besinnlichste Zeit des Jahres. Nur wie dir vielleicht schon aufgefallen ist oder mir, ist das bei den meisten genau nicht der Fall. Die meisten sind gestresst an diesem Tag und am 24. völlig erledigt unter dem Weihnachtsbaum. Und da haben wir uns so unsere Gedanken gemacht und haben uns überlegt, könnten wir dir eine Art Adventkalender kreieren, aber nicht gefüllt mit süßen Sachen, sondern gefüllt mit purer Entspannung, so dass du am 24. mit einem Lächeln auf deinem Gesicht unter dem Weihnachtsbaum setzt. Das war unser Ziel. Was haben wir in diesen Adventkalender hineingefüllt? Wir haben einen Qigong-Kurs genommen, der nennt sich die 18 Figuren der Harmonie. Das ist ein Qigong-Kurs, der normalerweise in unserem Shop zu kaufen ist. Und da lernt man in gut drei Wochen, wie man jede Übung exakt ausführt. Und so dass man am Ende, nach drei Wochen, wirklich diese Qigong-Serie intus hat. Und genau das haben wir nun Säckchen für Säckchen, Tag für Tag verpackt. Ja, und du hast jetzt die Möglichkeit, diesen Kurs kostenlos zu machen. Denn schenken wir dir jetzt eine Weihnachtszeit. Das ist unser Beitrag für ein ruhiges und besinnliches Weihnachten. Wie ist dieser Kurs nun aufgebaut? Du kannst dir das Ganze so vorstellen, du bekommst jeden Tag eine Übung präsentiert. Du machst also bildlich gesprochen jeden Tag dieses Säckchen auf dem Adventkalender auf. Eine Übung kommt heraus und wir zeigen dir diese neue Übung. Jeden Tag eine neue Übung plus wir wiederholen das Ganze. Also, wenn du am zehnten Tag eine neue Übung, die zehnte, präsentiert bekommst, dann wird trotzdem in diesem Video auch die ganze Sequenz von der ersten Übung bis zur zehnten Übung wiederholt. Folglich wird das Programm am Anfang etwas kürzer sein und mit fortschreitender Zeit wird das Programm immer länger werden. Aber es wird sich trotzdem in einem Rahmen bewegen, der durchaus bewältigbar ist. Und der Sinn von dem Ganzen ist einfach der, dass du am 24. Tag das Programm wirklich 24 Mal durchgemacht hast und dann hat sich das sozusagen auf deiner Festplatte eingebrannt. Dann hast du die Übungen abgespeichert und kannst sie auch nachher ohne Anleitung weitermachen. So ist das Video aufgebaut, zwischendurch ein bisschen Theorie eingestrahlt, damit du nicht nur die Übungen machst, sondern damit du auch verstehst, um was geht es eigentlich in dieser speziellen Bewegungsgymnastik. Was hat es eigentlich mit diesem Qigong auf sich? Was hat es mit diesen 18 Übungen auf sich? Und ja, das möchten wir dir ebenfalls noch ein bisschen präsentieren in diesem Adventkurs. Das Ganze wird dann noch ein bisschen verlängert für alljenigen, die später ansteigen. Das Ganze geht bis in den Jänner hinein und dann ist dieses Programm aber wieder offline. Das heißt, wir bieten das eine gewisse in der Weihnachtszeit an, sozusagen als unser Geschenk an euch. Ja, und damit wünschen wir dir ganz, ganz viel Energie, eine besinnliche Weihnachtszeit. Ja, und dass wir dir damit hier und deiner Familie viel Gutes kosten. Für alljenigen, die das Ganze dann anschließend noch weitermachen möchten, finden Sie Informationen unter den Videos. Da gibt es einen Link auch zu unserem Shop, wo du das gerne natürlich auch kaufen kannst, wenn du uns hier ein bisschen unterstützen möchtest. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Adventszeit und ich freue mich, wenn wir uns in einem unserer zukünftigen Videos wiedersehen.